Hallo und herzlich willkommen zu Part 5 meines Zepterra Core Let's Plays. Es geht weiter mit Aziz Erzählungen. Dein Wissensdurst ist noch immer nicht gestimmt, wie ich sehe. Und denn, was möchtest du denn heute wissen? Wissen, wissen, wissen. Vieles, zum Beispiel über den Bürgermeister. Der Bürgermeister benutzt Scraps Workboards als Wächter. Dem Bürgermeister sollte man solche Macht nicht anvertrauen. Dennoch werden die Workboards nichts tun, was Scraps Programmierung widerspricht. Und wenn sie ihre Programmierung vergessen? Bitte, dass dies nicht geschieht. Hm, der Tempel. Dieser Tempel ist wahrhaftig ein großes Wunder. Ganz anders als all der Schrott in Oasis. Der Tempel ist das Werk längst vergangener Zeiten, als ich noch ein junger Mann und ein Abgesandter der Siebenwinde war. Er stellt einen Tribut an Marduk und sein Vermächtnis als Retter von Zepterra dar. Aha. Okay. Dann war es das, was ich wissen wollte. Mhm, mhm. Über schöne Kerzen. Ja, und dann gehen wir wieder zurück. Denn wir haben ja erfahren, dass Tori nicht im Unterricht war. Eieiei. Wo hat der sich denn rumgetrieben? Der Schlabiner. Ja, dann lassen wir unseren Frust erstmal an den Lölfen aus. Die müssen natürlich immer ins Bein beißen müssen. Zack. Ich glaube nicht, dass er schneller war als der, aber er hat einfach länger gewartet. Na gut. So. Da wollen wir noch gegen den kämpfen und dann haben wir es ja schon geschafft. Hm, ich frage mich, ob ich es mit zwei leichten Schüssen auch schaffen würde. Aber ich will es irgendwie nicht mehr, nicht riskieren. Also, dann mache ich lieber doch gleich drei. Ja, und, ach, ich popke es einfach nicht. Zack. Oh, tatsächlich. Aha. Sehr gut. Dann gehen wir mal zurück nach Oasis. Also, ich nenne es gerne Oasis, statt Oasis. Oasis in der Stadt. Dann wollen wir mal dem Onkel erzählen, dass Tori nicht im Unterricht anwesend war. Da muss er ihm ein bisschen auf den Popo kloppen, wenn er nach Hause kommt, ja. So geht das ja nicht. Ah, da ist er ja, der Schlewinner. warum warst du nicht im Unterricht? Es gab Wichtiges. Onkel wird dir die Hölle heiß machen. Nicht, wenn du es ihm nicht sagst. Und schön, wie der Haut ab. Eieiei. Aber bevor wir unserem Onkel was sagen, wollen wir noch zwei, ein Brot essen und ein weiteres mitnehmen. Wir haben ein Brot. Aha. Haben wir wohl anscheinend von den Wölfen bekommen oder so. So, Onkel. Ja. Ich will mal sagen, erzähl uns noch ein bisschen erst mal über die Fabrik. Onkel, erzähl mir etwas von der Fabrik im Norden. Nie hat jemand gesehen, wer in der Fabrik lebt. Vor Jahren haben Unbekannte die Fabrik und die Rohrleitungen gebaut, durch die das Wasser durch die Wüste gepumpt wird. Unsere Vorfahren haben sich hier niedergelassen, weil sie an dieser Stelle die Rohre anzapfen konnten. Als Gegenleistung, sozusagen als Tribut, schicken wir den Schrott, den wir nicht gebrauchen können, zur Fabrik. Sie haben uns nie Schwierigkeiten bereitet. Ich würde mir keine Sorgen machen. Hm, aber sehr mysteriös schon. Oh, Tori war heute nicht im Unterricht. Tori war heute nicht im Unterricht. Was? Er hat gesagt, ich soll es dir nicht verraten. Marja, du solltest ihn suchen. Glaubst du, er steckt in Schwierigkeiten? Das wollen wir nicht hoffen. Schau mal bei der Punktstation nach. Dort findet man ihn normalerweise. Normalerweise. Genau, die Pumpstation. Böse Pumpstation. Okay, wie viel Geld haben wir denn? Mhm. Müssen wir mal gucken, was wir uns so kaufen können oder so. Vielleicht mal ein paar Brote kaufen. Na ja, ich weiß ja nicht. Hm. Schauen wir doch nochmal kurz rein. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Hm, ja, ja. Kanada schon mal nicht. Stärkeren Motor. Aber mehr Stärke, ja. da haben wir mein Power. Nee, erst mal nicht. Beim Brot kaufen bin ich mir jetzt auch noch so unsicher, ob ich wirklich Brot kaufen soll. Ich kann ja immer noch holen. Hm. Ja, doch. Lass es mal. So, wir gehen nicht zu der Pumpstation. Denn da warten uns drei heftige Gegner. Äh, und ja, ist nicht unbedingt sehr schön, sich mit denen anzulegen. Deshalb gehe ich da erstmal noch weiter trainieren. Hier in den Badlands. Joa, dann mache ich halt ja jetzt diesmal früher Schluss. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn ich ein bisschen mehr trainiert bin. Und, ja, dann geht's auf zur Pumpstation und ein paar Leuten kräftig aufs Maul hauen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.